So liebe Freunde, da sind wir auch zurück, zwar ein bisschen verspätet, wenn ich ehrlich bin, also ich bin nicht am selben Tag jetzt ins Game zurückgejoint, sondern ein bisschen später, ich glaube 2-3 Tage sind es jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Folgen hier parat kriege, ja, Grund ist, es kam super viel dazwischen und ihr wisst, ich bin momentan ein bisschen in, ja ich sag mal Stress mit eingeplant, geplant, beziehungsweise bin wirklich im Stress drin, was meine Wohnung angeht, beziehungsweise auch vielleicht nicht meine Wohnung angeht, weil, ja, ich immer noch nicht weiß, kann ich hier bleiben, kann ich nicht hier bleiben und, ja, so ein Hin und Her halt momentan, ja, was wir jetzt erst so machen, ist hier ein bisschen bauen, was überhaupt nur geht, Gold haben wir hier, Nahrung haben wir hier, da haben wir noch Gold und wir sehen jetzt erstmal zu, ähm, ja, nicht nur alles hier hoch zu pushen, sondern auch wirklich die Mission schnellstmöglich hinter uns zu bringen, wir sind jetzt ja schon eine Weile hier dran gewesen, genau, das müssen wir auch noch machen, tausend Nahrung brauchen wir auch noch, also noch so einiges, wenn wir ehrlich sind, so, jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich hier irgendwo eine kleine Waffenfabrik, beziehungsweise Schmiede hingesetzt, ja doch, hier ist sie doch, da müssten wir ja auch noch ein bisschen pushen, so, Nahrung, ey, wir brauchen echt Nahrung en masse, weiß gar nicht, wie ich das alles ja soweit machen soll, wenn ich ehrlich bin, gut, Holz haben wir hier noch genug, die können hier ganz in Ruhe kloppen gehen, naja, ihr seht ja, hier haben wir auch noch 20 Bäume, hier unten haben wir noch ein paar Bäume, so, was können wir denn noch bauen, hier, das Ding haben wir schon, ja, die sind dran, boah, netter Versuch, meine kleinen Freunde, werden wir auf jeden Fall gleich hier rausgehen, so, und ich hatte mir überlegt, wirklich ein eigenes Tor dann hinzusetzen, Leiche, Mauern können wir ja bauen, müssen wir nur ein bisschen hoch pushen, also wir erstmal sehen, ob wir hier genug Nahrung zusammenbekommen, aber ein bisschen was erforscht, ja, können wir ein bisschen Nahrung kaufen, würde ich sagen, ne, 700, ja, nochmal 800, Gold kriegen wir gleich hier noch ein bisschen, hier, die Esel rennen ja hin und her, äh, die Esel, ne, die rennen ja hin und her und so, ne, apropos Esel, da könnten wir jetzt mal noch einen bauen, ne, zwei haben wir nur, Okay, meine, meine Allergie macht es momentan zu schaffen, äh, echt der Wahnsinn, also dieses Jahr hat es echt, wer mit Pollenallergie zu tun hat, ähm, in sich, also wenn ihr da Tipps und Tricks habt, was hier Pollenallergie angeht, du, ich bin auf jeden Fall für die Tipps bereit, also ich würde sie gern annehmen, Ja, stimmt, und die waren halt in der Nähe von Tempelanlagen dabei, sich zu heilen, ne, jawohl, Sehr gut, sehr gut, sehr gut, 845, boah, das dauert ja doch Ewigkeiten, ne, so, und du rennst jetzt mal mit hier hin und her, 945, also nicht mehr viel, aber, Ach, hier, der ist fertig, sehr gut, sehr gut, Weißt du, Soll ich den mit abbauen lassen, oder soll ich den hier in der Nahrung irgendwie einsetzen, Ja, komm, ich lass den mit abbauen, Oder ich lass die mit abbauen, Frauenarbeit und so, weißt du, Oh Gott, es wird bestimmt voll die Hater-Kommentare geben, Apropos Hater-Kommentare, ihr habt jetzt gesehen, ich habe mein erstes so ein kleines, Ja, Info-Video gemacht, was verschiedene Spiele angeht, also so eine Art Vlog, Weil, ähm, ja, wir waren gerade danach, ich wollte mal meine Webcam ausprobieren, Dachte mir, komm, ist in letzter Zeit so viel passiert, mach es einfach mal, Ähm, mich wird mal interessieren, warum einige Leute Dislikes gegeben haben, Ich meine, ihr könnt ja gerne Dislikes geben, ihr habt ja, äh, oder wisst ja, dass ich da sehr, sehr offen bin, Nur würde ich auch gerne wissen, warum, warum kriegen wir die Dislikes und, machen wir das mal, Ja, da würde ich gerne so ein paar Infos haben, wenn ich ehrlich, ne, also nicht einfach nur Disliken und nichts dazu schreiben, Sondern einfach mal sagen, ey, was geht in deiner Birne rum, warum gibt's immer ein Dislikes so ungefähr, weißt ja? Wie geht die Lose? Fläche? Lass mich hier entfangen. So. Da müssen wir jetzt gleich fertig sein. Ja, was heißt gleich, es dauert noch ein bisschen was. In der Zeit können wir mal gucken, dass wir so langsam hier noch nachforschen. Also Nahrung können wir jetzt soweit wieder ausgeben. Wir könnten jetzt aber auch mal ein bisschen Holz wieder ausgeben. Ein bisschen hier was erforschen. Da, fast alles Nahrung sehe ich gerade, was das Erforschen angeht. Das können wir. Und das können wir jetzt auch. Hier das noch nicht, aber das wird auch nach und nach kommen. Jetzt müsste ich eigentlich auch die Kolosse bauen können, oder? Ach, hier sind sie! Die Türme! Jawoll, Junge! Geil! Kolosse können wir bauen, sehr gut, aber scheiße teuer sehe ich gerade. Schatzkammer. Die könnte man doch auch jetzt irgendwie bauen, meine ich, oder? Schatzkammer? Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie man das macht. Verdammte Axt, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ah, jawoll! Da war doch was. So, machen wir das einfach mal hier hin. Dann kriegen wir auch ein bisschen Gold. Ein bisschen viel Gold sogar. Gut. Dann können wir uns wirklich versorgen. Na komm, dann machen wir hin. Ich will jetzt mal vorankommen hier. Dann ist alles hier hochgeforscht, das ist schon mal gut. Der hier aber noch nicht. Kolosse de la Kolosse. Oh, alles klar, ich verstehe. Da werden wir jetzt gleich auch mal hingehen. Äh, nein. Hier. Da hat die Fahne ja schon da hingesetzt. Ja, cool. Sehr gut, sehr gut. Kann man hier schon mal... Oh, kann man sogar noch einbauen. Zwei Stück bauen, weil die werden wir jetzt gleich brauchen. Wenn wir hier rausbalancieren. Dann können wir schon mal alle hier nach oben transportieren. Dann können wir schon mal alle hier nach oben transportieren. Wir haben volle Einheiten sich gerade. Gehen wir mal auf dem Ankommen. Gehen wir mal auf dem Ankommen. Das ist nicht sehr schön, aber naja. Ist wohl nicht. So, dann holen wir mal hier die Bauten. Ist wohl nicht. So, die haben wir. Na, geh doch mal gar nicht da hin, ey. Du bist so ein Troll. Okay. So. Wir werden mich jetzt gleich das Verbindungsstil... Oh. Ich weiß nicht zumindest. Naja, okay, oder auch nicht. Nein. Ist wohl nicht. Mal ist da. Mal ist da. Oh. Ist wohl nicht. Wollen wir das jetzt gleich. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Wir. Ich hab den. Ich hab den. immer da runterlatschen. So, dann haben wir schon mal die erste Kaserne im Arsch. Jetzt gleich hier unten. So, jetzt guckt ihr mal mit. Und dann gibt es noch diesen einen Zuweg hier. Ihr könnt hier stehen bleiben. Und ihr geht jetzt mal nach hier unten, meine Freunde. Ach, geht ja nicht. Scheiße, hab ich total vergessen. Du gehst auf jeden Fall mal mit hier hin. Oh, 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 oh. So, der ist down. Dann kommt mal hier hin, dann macht das schon mal platt, komm. Dann kommt mal hier hin, dann kommt mal hier hin. Dann kommt mal hier hin, dann kommt mal hier hin. 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 So, hier machen wir jetzt weiter, egal wer kommt. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt ein bisschen schneller hier vorankommen.